Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Plays of the Republic Kommando. Ja, beim nächsten Mal sind wir stehen geblieben bei der Brücke von Kachiro. Die Brücke von Kachiro. Die Schlacht steht in einem kritischen Punkt. Die Brücke von Kachiro ist das Herz des separatistischen Nachschubs. Krampfen sie sich zur Mitte. Vorher zerstören sie die Brücke, um den weiteren Format des separatisten zu ersticken. Ich glaube, ich hätte die gar nicht mal heilen brauchen, weil wir wieder vorgeladen sind. Oder? Ihr Team muss den schwächsten Punkt der Brücke einen schmalen Bogen in der Mitte zerstören. Damit wäre die einzige Verbindung zwischen Wookies und Separatisten. Zerstören sie sich. Wenn die Separatisten den Bogen zuerst erreichen, wird es schwierig. Roger. Viele Wookies sind hier nicht, aber sie helfen uns, wenn sie können. Damla, haltet sie aufgetan. Ich bin beeindruckt, Sir. Hinter ihnen 3,8! Ich... Oh! Wir brauchen Unterstützung. Schieß, kamikaze Dinger. Nimm das! Uuuh! Volle Deckung! Bewegung! Ich glaub, ich hab schon... Sie haben, dass wir sie verriegelt. Werden verriegelt, können wir sie öffnen? Sie wurden verriegelt, um den Feind aufzuhalten. Ich will die Aufung gehen. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Zehn. Na, ok, gut. Zehn Schuss, das sind schon. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 Ah, okay, gut, 10. Ich komme davon aus, man braucht 10 Schläger mit allem. Außer ein... Sammlerdroiden. Sie sind durchgebrochen. Flieder, werfen Sie ein paar Zermalgranaten durch das Loch. Der Schutt müsste die Typen aufhalten. Ja. Sie haben Geschichte. Schalten Sie sie von dort aus. Sicheren Sie die Maltkalle. Angriffsformation einnehmen. Warte. Ah. Ah. Schleswig-Hartner-Spar-Kurs. Ja, an der Front. Äh, beim letzten Mal hat er ja wieder den Schützengraben-Kampf. Das ist die Brücke von Kachiro. Sie verbindet den unteren Teil der Stadt mit der Zitadelle. Nach und noch etwas. Die Brücke selbst ist in der Mitte durch einen kleinen Brückenbogen verbunden, der die beiden Hälften verbindet. Die Vorhut der Separatisten hat diese Seite der Brücke bereits erreicht. Und versucht der eigentlichen Invasionsarmee den Weg zu ebnen. Dann platzieren Sie an diesem Punkt, an dem die beiden Teile der Brücke zusammengehalten werden. Eine Sprengladung. Sie müssen diese Brücke zerstören, damit die Separatisten aufgehalten werden. Ja. Vielleicht kriege ich dort diese Patronenkurte, die ich schon immer wollte. Ja, sieben. nun. Du triffst mich, die Kerem. Sieben Sie diese menadiere unter Beschuss. Hey, ein Feuerwerk. In Confidion, Mindslauag, 112,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Perfekte Schusskamera. Yeah, Schuss 3,8. Die Schuss, 3,8. Sklavenhilf wird Delta. es gab und abelkirchen der er darauf wäre nie gekommen er wird dann stützen wir mal die bäume Ja, alle guten Dinge sind vier. Schraubenhändler, Vorsicht! Warum picken wir mal hier in den P-Job? Wir haben schon verloren. Wir haben schon verloren. Ja, der ist tot. Drei Acht, bitte melden. Ich glaube, das Delta-Team wurde ausgelöscht. Drei Achtung! 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 Halt! Halt! Oh, Medikamente! Bastard! Wir sind unterwegs! Warte auf weitere Bespiele! Tramboot, Erinner! Bruder, Schuster! Tja! Mal sehen, was auf der anderen Seite ist! Wir sind unterwegs! Platzieren die Tonator! Gesichert! Achtung, Granate! Los, Gegner eliminieren! Undgeschossen, Delta! Was ist ruhig? Warte auf der Schuster! Gerade! Rumpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bacta, Soldat! Front, Kolosser! Ich dachte, Sie würden die Front, Sir! 07 ist kaufbereit! Ich hab bei dem... ...Strahlen... ...ah ne, stimmt, ich hab ja wieder... ...MG wie du jetzt gerade... ...Also, wenn du nur noch 120 Schuss hast... ...der 102... ...und... ...der FD-Handschuh... ...heißt nicht nur mal FD... ...da ist irgendwas! Wieso, Modus auf Nachtsicht schalten, Delta! ...Volle Spektralversteckung! Ihr sechnet sicher nicht, damit dass wir im Dunkeln sehen können! Ich bin ja früher mal reingerannt, keine Ahnung warum! Fuck! So, sind Sie sicher, ihr wurden noch den gleichen Reagenzdat geklont? das ist zweimal das weiß bis durchgelaufen sind m Die Pratoshane sind früher als erwartet angekommen. Sie konnten sich in Ruhe verschützen. Aufpassen, Deltas. Locken wir sie in ihr eigenes Geschütz. Feuer! Exit terminiert. Der ist verledigt. Wir haben ihn erwischt. Die Geschütze haben Priorität. In Deckung, Deltas. Ich bin bei sieben. Gleiche Sorge, gleiche Alarm. Jo. Durchhalte sieben. Halte sieben. Wir haben den Lernmuch. Deltas Team, machen wir es von hier aus. Brauchen Sie Ihrem Ziel vor. Schalten Sie sich von dort aus, Deltas. Vorsicht. Das sind ich Bakter und dann kriegst du Bakter. Heiligen Sie sich, Deltas. Keine Chance, Sir. Ja, so, jetzt kannst du dich aber heilen. Oh, oh. Sir, Sie sind mir im Weg. Weiß ob. Bakter ist was Herrliches. Ohne zu Kapfel, da hat es weh. Ich sag mal jetzt hier, ähm, Tuino da so kommen. Oder... Ja, ich weiß das Ding. Räumen wir hier ein bisschen um, Deltas. Platziere Sprengsatz. Gleich hab ich's. Ohne, komm ich da nicht rein. Geh, Zeichen, Sir. Oh, hallo. Geh in Position. Geh raus im Weg. Deckung, Deltas. Wieso geht meine Gesundheit runter? Das ist ein Bakker. Tom, ja. Das ist das Ding. Das hat mir ne Sekunde, bis es einer um die Ecke kommt. Das kann mir ne Sekunde, bis einer um die Ecke kommt. Und am papa in die Fratzen. Außer es kommt jetzt keiner um die Ecke, das könnte natürlich auch sein, lass mal nacheinander eine Runde. Achtung, seit deinem Anmarsch, hätte ich auch nicht besser gekonnt, Sir. Sie, Bacta, jetzt! Ja Sir, bin unterwegs. Dem knacken wir den Panzer in Position, Delta. Sind unterwegs. Gehe in Position. Bacta ist was Herrliches. Angriffsformation einnehmen. Ja Sir. Lade nach. Sei geblendet von meiner Schönheit. Ziel eliminieren. Angriffsformation einnehmen. Lade nach. Ne, ne, mit Medikament. Gut, gut, gut. Gute. 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 Wollt ihr, geht. Gute. 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 er hat er hat sich er hat ihn jetzt arbeitskommandos die er erst mal aufladen wenn ich mich nicht ihre kommt gleich so einer meiner am maske heißen am meistgehassten stellen in diesem spiel der prozedur einleiten er hat mich nicht mal verloren wo es immer nur sieben fast ist ich glaube es wirklich immer nur sieben wie sie in meine entdeckung gehen ja als ob also das war jetzt ein bisserl komisch zukommen ich würde mich nicht hier aufnehmen in die ausmacht aber es sieht mein freund umweg er hat euch den minen nur geduckt muss nachladen jetzt ist der doppeltod Ach, sieben. Ja, sieben. Sie sehen sich schon umdrehen. 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 Ja, ja. Er war eigentlich gerade eben noch... Ah, da war der Ten. Ah, ich bin voll kalt. Herr mit den Feinden. Präzisionsschuss vorbereiten Delta. Gehe in Position. Ja, ich bin voll kalt. Ach, sieben. Ja, ich bin voll kalt. Ja, sieben. Simon Mann, du bist gerade voll gut, so kannst du durchrennen, bam bam. Nö, offensichtlich ist Simon doch nicht so gut wie gedacht. Ist er schon mal geflogen? Eine Brücke zu weit. Heilen Sie sich, Delta. Ende wollen. Wir scheinen uns dem Kernstück der Separatisten zu nähern. Wir sind in der Vorstellung, wir sind in der Vorstellung. Ziel eliminieren. Fertig. 07 ist einsatzbereit. Ziel eliminieren. Angriffsformation einnehmen. Ziel eliminieren. Wie ist der Stand? 3-8. Schwere Gefechte mit Druiden, aber wir haben alles im Griff. 3-8. Auf voll gesichtet. 1-8. 1-8. Like den Sehlin. 1-8. 1-8. 2-8. 1-8. 3-8. 1-8. 1-8. 1-8. positionieren sie sich hier der Kassel wenn sie sich ein bisschen abgab auch ich hab doch ein solches System M Sprecher ist erst mal so dass wir sagen das gibt schon um die 20 minuten vielen dank fürs zu sehen macht es gut bis zum nächsten mal und tschau tschau